Ist das das, was ich denke, was ist... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, Purish, warum tust du mir das an? Warum? Hey Lieben und Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei seid. Ich weiß, ich bin spät dran mit meinem Mystery Box Unboxing. Sehr spät sogar. Aber es gibt sie aktuell noch. Das heißt, ich packe trotzdem mit euch zusammen nochmal die Mystery Box aus. Ich habe hier schon eine vor mir stehen. Die habe ich tatsächlich schon aufgemacht, aber ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich zeige euch natürlich alles und bewerte mit euch, ob der Warenwert, der versprochen wurde, auch tatsächlich drin ist. Ich bewerte mit euch, ob der Inhalt, der drin ist, tatsächlich auch den Preis wert ist. Und ich werde mit euch natürlich auch einmal sehr genau durchgehen, welche Produkte ich gut finde, welche Produkte ich eher hätte verzichten können und so weiter und so fort. Damit das Intro nicht länger wird als das Video, würde ich sagen, let's go mit dem Video. Full Transparency. Ja, an dieser Stelle, das ist wieder eine bezahlte Kooperation mit Purish zusammen. Ihr wisst, das hat aber nichts damit zu tun, ob ich ehrlich meine Meinung darüber sage, ob ich das gut finde oder schlecht finde, was in dieser Box ist. Ich weiß nicht, was in dieser Box ist. Es ist, wie gesagt, eine Mystery Box. Es ist also auch ein Mystery to me, what's inside. Und sie haben es auch so verpackt, dass ich es aufmachen könnte, damit ich schon mal meine Adresse und sowas alles unsichtbar machen konnte für euch quasi. Und dann ich trotzdem noch nicht gesehen habe, welche Produkte alles insgesamt drin sind. Kleines Update zu den Mystery Boxen wollte ich euch auch noch mitgeben, einmal von Purish. Erstmal, euer Feedback ist unfassbar krass. Also vielen, vielen Dank, dass ihr das so gut annehmt. Purish und ich haben auch nochmal darüber gesprochen, dass das Konzept manchmal ein bisschen schwierig ist. Und sie haben sich jetzt mal entschieden, die Skincare Boxen, die vorher da waren, erstmal draußen zu lassen. Also keine separaten Skincare Boxen mehr zu machen, sondern die Make-up und Skincare Boxen wie quasi beim ersten Durchgang einfach weiter zu behalten. Es gibt wie gewohnt eine kleine und eine große Box. Die kleine für 39,90 Euro und die große für 79,90 Euro. Mit meinem Code CONTRA15 könnt ihr auf die natürlich auch wieder 15% sparen. Das macht bei der großen Box dann 68 Euro und bei der kleinen Box, ich glaube 33, 34, irgendwie so nur, dass ihr einmal Bescheid wisst. Und angeblich sind in den Boxen ja Produkte im Wert von dem doppelten Wert quasi. Also bei der großen Box für 80 Euro, beziehungsweise 68, wenn ihr meinen Code damit benutzt, angeblich 165 Euro wert. Und in der kleinen Box, die dann für 34 Euro ungefähr kommt, ein Wert von angeblich 75 Euro. Die kleine Box habe ich nicht hier, deswegen da kann ich leider nicht viel zu sagen. Ich habe die große aber hier stehen, die packen wir wie gesagt gleich zusammen aus. Und ich wollte dazu noch eine Sache sagen, sie haben das Konzept der Mystery Box einmal komplett nochmal umgeschmissen und haben deswegen jetzt zum Beispiel eine erste Mystery Box rausgebracht, die sich an einen bestimmten Tag orientiert. Ihr wisst ja, der Valentinstag ist am 14. Februar und dies ist die Love Yourself Edition, was natürlich total up my alley ist. Also ich finde auch, dass der Valentinstag ein Tag ist, an dem man nicht nur gegebenenfalls Partnern oder PartnerInnen etwas Schönes zukommen lassen kann, sondern auch sich selber als auf Freundinnen zum Beispiel. Ich bin ja Single, leider, aber da ist es natürlich trotzdem schön, wenn ich mir selber was Gutes tue. Und in diesem Sinne ist diese Box wohl auch gestaltet worden. Wie gesagt, ich weiß nicht, was drin ist und ganz wichtig, Disclaimer, es sind Mystery Boxen. Das heißt, nicht alles, was ich hier drin habe, wird auch garantiert in der anderen Box mit drin sein, bis auf ein Item. Da weiß ich schon, dass es von einer bestimmten Marke kommt, aber ich weiß nicht, welches Item das insgesamt ist. Also ich weiß nicht, welches Produkt es von dieser Marke ist und zwar haben sie Danessa Myricks reingetan. Eigentlich wollten sie von Nabla Cosmetics die neue Eyeshadow Palette mit reintun, aber da hat sich der Launch einfach mal verzogen von Mitte Januar auf Ende Februar. Insgesamt hat Nabla sowieso gerade extreme Lieferschwierigkeiten. Also ich drehe das Video am Dienstag den 8. oder ist der 9.? Ne, Moment, der 8.2. Und ihr seht das Video am Donnerstag, dem 10. Und es sollte eigentlich dann die Nabla Lieferung endlich, endlich, endlich bei Purish ankommen. Sie haben schon vor vier Wochen bei Nabla bestellt und warum auch immer, vielleicht Pandemie. Die Versandhäuser sind auch vermehrt geschlossen wegen Omikron und so weiter und so fort, wie auch immer. Purish kann leider nichts dafür, also sie haben rechtzeitig die Bestellung rausgeschickt und deswegen ist auch gerade noch so viel ausverkauft. Ich lasse euch mal einen Link zu der Nabla Seite auf Purish sozusagen unten, dann könnt ihr auch nochmal gucken, ob eure Favorites vielleicht wieder in Stock sind. Ich sage euch natürlich auch auf meinem Instagram deswegen Bescheid, also schaut auch dort super gerne vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Und jetzt ist dieses zweite Intro schon wieder fast fünf Minuten lang. Love that for me, love that for you. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Unboxing. Also, als allererstes, ich liebe ja die Purish Boxen sowieso. Ich mag diese sehr große mit dem dunklen Model so, 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 so gerne. Ich habe jetzt diese Größe hier. Ich zeige euch jetzt mal diese Seite. Auf der anderen Seite sind nämlich meine Adresse Daten zu sehen. Und als allererstes, was mir auffällt, ist, dass sie diesmal die Innengestaltung anders gemacht haben. Also, es gibt eine personalisierte, personalisiert, also individuelle Karte, die sie mit reingelegt haben. Bei der letzten Box, wo die Nabla Goodies auch mit drin waren, haben sie ja diese Du-bist-Gold-Wert-Karte noch mit reingemacht. Und ich finde, es ist einfach, auch wenn das irgendwie nicht viel ist, aber dieses Kärtchen einfach, love yourself, ist so süß. Es ist halt hinten einmal unterschrieben von Leuten aus dem Team. Und sie haben passend zum Valentinstag hier auch diese kleinen Papierdinger in einer wunderschönen lila Farbe reingetan, beziehungsweise so ein Berry-Ton. Ist ja genau meins. Wenn wir jetzt allerdings mal davon abgehen, wie das Packaging aussieht, denn wir wollen ja wissen, was drin ist, wir graben uns einfach mal rein. Ich habe hier an der Seite etwas rauslucken gesehen. Ich habe es aber noch nicht erkannt. Das nehme ich jetzt einmal mit. Das ist von Revolution, die Skincare von Revolution London oder Makeup Revolution oder XX Revolution. Also, die haben ja tausend Unterkategorien noch. Das ist die Vitamin C Eye Cream. Okay, also Vitamin C ist ein Produkt, das ich gerne benutze, allerdings bisher nur das von Shenya, die Vitamin C Creme. Die hat sie ja in ihrer Collection rausgebracht. Die habe ich sehr, sehr gut vertragen. Um euch das einmal zu zeigen, das ist die hier. Da sind noch Ceramide und B3 mit drin. Die ist so gut wie leer. Und da ist natürlich auch wichtig, wenn man Vitamin C Produkte benutzt, geht es immer noch darum, ist es pures Vitamin C? Ist es ein Vitamin C Derivat? Allerdings kenne ich mich mit solchen Ingredients und sowas alles nicht so gut aus. Deswegen will ich da jetzt auch nicht sagen, okay, da ist das drin oder da ist das drin. Da müsst ihr einmal bei Shenya bitte auf dem Kanal vorbeischauen. Die kann euch das besser erklären. Vitamin C ist ein Präparat, das halt auch für die Verjüngung der Haut sorgen soll, hydratisierend wirken soll und es soll auch noch aufhellend wirken. Das hier ist die Größe. Das sind 15 Milliliter. Vegan und Cruelty Free finde ich persönlich sehr gut. Also Cruelty Free ist ja sowieso alles an dekorativer Kosmetik bei mir auf dem Kanal und auch natürlich die Pflegeprodukte. Bis auf eine Augencreme. Und da kommt jetzt das hier ins Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie die bei mir wirkt. Hat einen wunderschönen Pumpkopf, also finde ich ist sehr hochwertig. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so ein Vakuum-Pumpkopf, so wie das aussieht. Also, dass das so nach oben geht, wenn man das oben rauspumpt. Also ähnlich wie bei der Nabla Skin Realist. Da sieht man ja auch, dass hier unten dann so ein Vakuum entsteht. Das garantiert euch auch, dass ihr alles an Produkten draus bekommt. Finde ich persönlich sehr gut. Ich tausse mal auf die Hand. Okay, also ich rieche jetzt erstmal nichts. Konsistenz ist halt ähnlich wie das von Shenya. Ein bisschen weicher, würde ich noch sagen. Ich trage mir das mal hier hinten auf den Handrücken auf. Riecht einfach nur nach Creme. Also scheint mir nicht beduftet zu sein, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Gerade unter den Augen und so weiter bin ich extrem empfindlich. Also ich habe ja sehr sensibler Haut und hatte auch schon mehrfach Probleme, sowohl mit Lash-Extensions-Kleber als auch mit einem bestimmten Concealer, die mir hier unten die Unter-Augen-Partie komplett verätzt haben. Deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr vorsichtig, weil das ist einfach sehr empfindlich. Lässt sich auf jeden Fall gut auftragen. Ich habe ein bisschen viel genommen. Gerade bei einer Augencreme braucht man ja nur minimal, weil das halt wirklich nur um die Augen herum ist. Man muss dazu sagen, man braucht für die Haut um die Augen eigentlich keine separate Pflege. Also da kann man auch seinen ganz normalen Moisturizer benutzen. Es sei denn, man möchte es benutzen oder man möchte besonders reichhaltig pflegen, was ich zum Beispiel mache, weil eben die Haut bei mir sehr, sehr empfindlich ist. Aber genau genommen ist es der gleiche Hauttyp wie alles andere in eurem Gesicht auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, das mal auszuprobieren. Ganz wichtiger Hinweis übrigens noch, wenn ihr Fruchtsäure-Peelings benutzt oder sowas wie Vitamin C und Retinol und so weiter, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr besonders auf euren Sonnenschutz drauf achtet. Also, dass ihr einen Sonnenschutz von mindestens 30, am besten UV-Schutz von 50 mit reinnehmt, weil die Haut sensibler wird durch die Fruchtsäuren zum Beispiel oder das Vitamin C. Ist Vitamin C nicht eigentlich auch eine Fruchtsäure? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Wear your SPF, dann seht ihr mit 34 auch noch so aus wie ich. Na gut, und ein bisschen Hyaluronsäure hat auch nachgeholfen, to be honest. Das ist also Produkt Nummer 1. Ich werde nebenbei noch einblenden, wie teuer die Produkte waren. Und wir werden ja nachher zusammen einmal zusammenrechnen, was die Box insgesamt wert war. Revolution Skincare ist natürlich sehr, sehr günstig. Von daher, ich weiß nicht, wird bestimmt so, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas gekostet haben. Blende ich euch auf jeden Fall ein. Dann haben wir hier ein Produkt von Transparent Lab. Transparent Lab kenne ich gar nicht. Das sieht aber von der Verpackung her aus, finde ich, wie Sachen von The Ordinary. 30 Milliliter sind drin, auch das ist ein super C-Serum. Okay, also wahrscheinlich auch Vitamin C mit drin. 5% HA, das ist ja auch ein chemisches Peeling. 5% Vitamin C und 3% Elegic Acid. Elegic Acid? Ich weiß nicht, was das heißt, ehrlich gesagt. Ist auch für sensitive Haut geeignet. Ist vegan, gluten-free und fragrance-free. Das finde ich sehr gut. Und cruelty-free natürlich dann auch. Es ist für alternde Hauttypen gedacht. Und man kann es sowohl morgens als auch abends benutzen. Der pH-Wert liegt zwischen 5,3 und 5,8. Ich glaube, dann ist das so ein neutraler pH-Wert, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Oh, das ist aber ein sehr schönes Packaging. Also sehr schwer. Ist eine Glasflasche. Und ich meine auch, dass das gerade bei Vitamin C-Serien und so weiter immer sinnvoll ist, so braune Flaschen zu haben, weil die das Serum dann noch schützen vor Licht, weil das auch irgendwas damit macht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es genauer wisst. Ich werde das mal einmal auf die Hand auftragen. Hat eine Pipette, hat so eine milchige Konsistenz. Ja, ist halt... Oh, ist gar nicht so flüssig, wie ich dachte. Für mich persönlich ja auch sehr gut, dass es fragrance-free ist. Wenn man es jetzt so verreibt, dann fühlt sich das sehr durchfeuchtend an. Also ihr könnt sehen, das ist deutlich feuchter als vorher. Hat nur den Eigengeruch von einem Produkt halt. Also wie gesagt, ist fragrance-free. Das ist natürlich auch gut. Schreibt mir das jetzt mal hier auf den hinteren Handrücken auf, weil am Handinnenrücken kann man es nicht so gut beurteilen. Fühlt sich sehr pflegend an. Hinterlässt so einen leichten, ich will nicht sagen silikonartigen Film, weil es fühlt sich nicht silikonig an, aber es ist so soft touch quasi. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so fühlt sich das auf jeden Fall an. Ich werde die beiden Sachen auf jeden Fall mal ausprobieren. Sie claimen ja auch für sensible Haut mit zu sein, als auch für Combination Skin, Dry Skin, Oily Skin. Also kann man wohl auf jede Haut auftragen. Und ich muss sagen, dass ich Säure, also chemische Peelings, tatsächlich ganz, ganz selten nur benutze. Also da bin ich echt vorsichtig mit meiner Haut. Weiter geht's. Okay, hier haben wir ein Acne Pimpel Master Patch von... Heißen die Skin Benefit? Ach nee, das ist Cosrx. Ah, okay. Also einmal für einen Pickel Patch sozusagen. Da ist Hydrocholic Dressing mit drin. Dressing? Es sind, oh, es sind 24 Patches sogar drin. Ich will es jetzt nicht aufmachen, weil sobald man es öffnet, muss man es dann auch irgendwann verbrauchen. Sollen super schnell agieren. Gleichzeitig sozusagen ein Protective Cover machen. Und sie sollen nicht austrocknen. Das finde ich schon mal ganz interessant. Kennt ihr die von Cosrx? Also ich habe von Cosrx noch nie was ausprobiert. Aber es ist ja auch koreanische Skincare, wenn ich richtig liege. Haben die nicht auch sogar Make-up? Ich weiß es gerade nicht. Also das soll man sozusagen, wenn man einen Pickel hat, wo man merkt, okay, der ist irgendwie unterirdisch oder sonstiges, soll man die sozusagen als Spot Treatment auftragen. Und das soll dann das Öl und alle Unreinheiten aus diesem Pickel quasi raussaugen, sodass es dann an diesen kleinen Patch klebt und ihr das abziehen könnt, damit ihr halt nicht das Problem habt, dass der aufbricht oder dass ihr dann anfangt, dran rumzudrücken. Mach ich auch immer noch falsch, obwohl ich jetzt 34 Jahre alt bin. You never learn, würde ich mal sagen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Ich brauche das eher selten, aber aktuell habe ich, weil ich meine Tage gerade hatte, hier ums Kinn herum so tiefliegende und schmerzhafte Pickel. Es ist wirklich unangenehm. Ist das das, was ich denke, was ist... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, Purish, warum tust du mir das an? Warum? Die Produkte, die ich bis jetzt hier drin hatte, finde ich ganz interessant. Es ist ja alles jetzt bis jetzt Skincare gewesen. Ich habe jetzt das erste Make-up-Produkt dabei und ich glaube, es hätte nichts Schlimmeres sein können. Wir haben hier von Jeffree Star Cosmetics den Velour Liquid Lipstick in der Farbe Birthday Suit. Ähm, ja, was ich von Jeffree Star halte und damit auch von Jeffree Star Cosmetics und dass ich diese Marke auch seit zwei Jahren nicht mehr supporte, wisst ihr. Ich glaube, egal, ob ihr schon lange dabei seid oder erst kurz dabei seid. Die Farbe ist wunderschön, muss man dazu sagen und der Applikator davon ist auch toll. Ich werde dieses Produkt nicht ausprobieren, ich werde es aber auch nicht wegschmeißen. Das, finde ich, wäre eine unnötige Verschwendung. Sehr schöne Nude-Farbe, ich swatche sie jetzt auch nicht. Ich werde einfach ein kleines Giveaway machen in diesem Video. Wenn ihr die Farbe gerne haben möchtet, dann schreibt mir gerne einen Kommentar und den Namen des Lipstick Shades einfach noch mit rein. Dann nehmt ihr automatisch mit teil. Giveaway geht dann eine Woche, mache ich jetzt mal spontan. Like das Video, schreibt einen Kommentar und seid Abonnent vom Kanal, dann könnt ihr den hier gewinnen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, Jeffree Star ist für mich eine No-Go-Area und da muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß, dass Purish die schon länger im Sortiment hat und ich wurde darauf auch öfter angesprochen, was ich davon halte. Dazu muss ich sagen, ich halte davon nichts, das habe ich Purish auch gesagt. Es ist und bleibt aber nicht mein Online-Shop, sondern es ist der Online-Shop von Purish. Also ich habe nicht zu bestimmen, welche Marken sie dort reinnehmen. Wenn sie das mit sich vereinbaren können, dann ist das in Ordnung. Ich persönlich muss sagen, das gibt mir definitiv für diese Mystery Box ein Geschmäckle. Also es ist so ein bisschen, es ist einfach für mich unangenehm, dann eine Mystery Box zu bewerben, in der so ein Produkt mit drin ist. Es gibt natürlich auch andere Brands, die ein bisschen problematisch sind und so, aber für mich gibt es keine Brand, die so problematisch ist, weil sie komplett das Gesicht eben von ihrem Geschäftsführer quasi nimmt zum Werben, wie Jeffree Star Cosmetics. Falls ihr nicht wisst, was der gute Mann so alles getrieben hat, ich lasse euch meine beiden Videos dazu da. Ich habe vor zwei Jahren oder so, habe ich dazu eine kleine Videoreihe gemacht und mal aufgeklärt über seine Skandale, die er bis dahin hatte. Seitdem ist ja noch viel, viel mehr passiert. Ja, deswegen, das ist für mich auf jeden Fall ein No-Go. Finde ich nicht schön. Ich weiß nicht, ob das ein Item ist, was in jeder Mystery Box mit drin ist, aber ja, davon bin ich auf jeden Fall nicht begeistert. Das gibt auf jeden Fall Punktabzug von mir. Okay, dann haben wir hier noch Hum, Beauty Starts From Within, Daily Cleanse für Haut und Körper, reine Algen und Pflanzenextrakte, ein Nahrungsergänzungsmittel, vegetarische slash vegane Kapseln. Was heißt denn vegetarisch slash vegan? Ist es jetzt vegetarisch oder ist es vegan? Oder soll mir das sagen, dass es vegan ist und dementsprechend auch vegetarisch, aber dann bräuchte man ja nicht beides draufschreiben? Okay, also es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich persönlich benutze Nahrungsergänzungsmittel. Wurde auch schon gefragt, ob ich solche Gummibärchen quasi mitbewerben würde und da habe ich Nein gesagt, weil ich persönlich finde, es gibt deutlich günstigere Alternativen, in denen weniger Zucker drin ist. Und ja, da muss man dann auch, finde ich persönlich, individuell sehen, je nachdem, was man körperlich braucht. Also braucht, hat der Körper überhaupt das Bedürfnis nach zum Beispiel Magnesium oder mehr Vitamin D, wobei man bei Vitamin D davon ausgehen kann, das zu supplementieren. In Nordeuropa ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, sollte man machen, weil wir einfach so wenig Sonnenstunden haben, dass wir im Winter in den meisten Fällen einen Vitamin D-Mangel haben. Aber alle Angaben ohne Gewehr und deswegen möchte ich das auch nicht bewerben, weil ich finde einfach, es gibt bestimmte Kategorien, in denen Influencern meiner Meinung nach nichts zu bewerben haben. Und dazu gehören solche Gummibärchen auch. Ich muss mal eben gucken, man soll zwei Kapseln täglich nehmen, es sind 60 Kapseln drin, also für 30 Tage. Aber wofür sollen die denn jetzt genau sein? Auf Reinhardt geprüft, ohne Gentechnik, glutenfrei, aus nachhaltiger Produktion, ohne Farb- oder Konservierungsmittel. Das hier ist auch ohne Zucker, ohne Salz, ohne Stärke, Hefe, Weizen, Gluten, Mais, Soja, Milch, Ei oder Konservierungsmittel. Und das finde ich persönlich schon mal ziemlich gut. Ich muss jetzt allerdings mal gucken, wofür, also was in diesem, da steht nur Daily Cleanse drauf, aber es sagt mir halt nicht, was drin ist. Also klar, hier stehen die Inhaltsstoffe noch mit drauf, aber es sagt mir nicht, also was ist klemmend. Moment. Please hold the line. Da war wieder mein innerer Karl-Heinz, I'm so sorry. Also ich habe es jetzt aufgerufen und es steht, enthalten kraftvolle Pflanzenextrakte und Sporenelemente, die deine Haut schöner machen und dein allgemeines Wohlbefinden steigern. Chlorella-Alge, Spirulina, davon habe ich schon öfter was gehört, das ist dieses, was so super krass grün ist und das tatsächlich auch irgendwie helfen soll beim Immunsystem, glaube ich, wenn ich das richtig habe. Aber Allangaben ohne Gewehr, ich bin keine Ernährungsberaterin, ich bin keine Ärztin, ich habe keinen medizinischen Fachberuf gelernt, von daher, mind that. Marien-Distil und Alpha-Lipon-Säure helfen dir, dich gesund zu erhalten. Die Grünalgen binden Schwermetalle und andere Toxine. Antioxidantien und Mineralien beruhigen die Haut und bringen sie ins Gleichgewicht. Okay, das sind sehr viele Worte dafür, dass ich wenig Inhalt jetzt mitbekommen habe, also angeblich ist es quasi zum Detoxen, finde ich auch einen sehr, sehr schwierigen Werbungsclaim, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Denn gerade dieser Claim, dass der Körper sich detoxen muss, ist halt einfach in den meisten Fällen Bullshit. Wir haben eine Leber, wir haben eine Niere, beziehungsweise zwei in den meisten Fällen zumindest und die sind dafür da, um im Körper halt zu filtern und auf natürlichem Wege Toxine abzuführen. Und das muss eigentlich nicht extra von außen irgendwie supported werden, das macht der Körper von ganz alleine, wenn er natürlich komplett gesund ist, das muss man dazu natürlich sagen. Ja, finde ich persönlich auch schwierig, vor allen Dingen, wenn das in einer Box mit drin ist und das auf jemanden trifft, der vielleicht nicht das Bedürfnis dazu hat und oder vielleicht einfach sowas nicht nehmen sollte. Ich weiß nicht, inwiefern das bei diesen Detox-Kapseln sozusagen vielleicht auch gefährlich sein kann. Auch das ist was, wo ich sage, bitte keine Nahrungsergänzungsmittel in Mystery-Boxen, ich finde, das gehört dort einfach nicht rein. Ich verstehe, dass Ham neu ist bei Purish und dass sie das damit auch ein bisschen an die Leute bringen wollen, aber wie gesagt, Nahrungsergänzungsmittel, für mich auch auf jeden Fall ein Punktabzug für diese Mystery-Box. Ich brauche jetzt was Gutes, kann ich bitte noch was Gutes rausziehen? Oh mein Gott, okay, alles klar, okay, das ist krass. Das ist jetzt, und das ist sehr positiv, hier haben wir eine kleine Palette von Visiard. Visiard ist ja auch schon länger bei Purish, die sind ja sehr, sehr hochpreisig, weil sie extrem krasse Formulierungen haben. Also das hier ist eine kleine Lidschattenpalette und die sind eigentlich dafür gemacht gewesen, von Make-Up-Artistinnen genutzt zu werden, aber haben auch total gutes Feedback bekommen von normalen Make-Up-Enthusiastinnen sozusagen. Die Palette heißt Dawn Edit, es sind 12 Gramm drin und es sind 12 Shades insgesamt drin. Packaging, super süß, also wirklich niedlich gemacht, dass man das hier quasi so einmal aufmachen kann. Und dann hat man hier die Palette und natürlich auch noch einmal einen Spiegel mit drin. Den zeige ich euch jetzt nicht, aber der ist groß genug, dass man mit dieser Palette auf jeden Fall guten Look schminken kann. Die Farben finde ich sehr, sehr passend zu dieser Love Yourself Edition, weil es ist halt so ein bisschen was in diese Rosé-Töne. Es hat hier diesen kräftigen Ton, den ich auch sehr schön finde, aber gleichzeitig auch diese neutralen und braunen Töne. Also ist so eine Palette, mit der ich, glaube ich, den Look von heute auch hätte machen können. Ich habe sie aber noch nicht ausprobiert. Wir swatchen mal ein bisschen was von den Oma... Oh, wow! Okay, ich habe gerade in diesen Ton hier gegriffen und der war so weich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, also die sind krass. Natürlich wollen wir auch sehen, wie das lila performt. Und dann swatchen wir das Ganze hier einmal. Hier ist das lila. Schöne Farbe. Swatch ist nicht so gut geworden, aber das liegt auch daran, dass ich so selten Swatches mache. Und ich auch finde, dass Swatches wenig darüber... Wow! Okay. Wenig darüber Aussagen, wie die Sachen auf dem Auge performen. Ist das ein Duochrome? So gold-orange? Ein bisschen, oder? Also, okay, die sind wirklich sehr, 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 sehr butterig, sehr pigmentiert. Das hier oben ist dieser, der so super weich war. Wunderschönes Champagner-Gold. Also sehr, sehr interessante Textur. Fühlen sich unglaublich gut an. Jetzt so auf den ersten Swatch quasi. Gefällt mir. Jetzt will ich noch das andere, mauve-ige noch einmal eben swatchen. Und ich gehe über das lila nochmal eben drüber, weil das ist auf jeden Fall ein scheiß Swatch gewesen. Aber das lag an mir. Okay, also muss ich wirklich sagen, sehr schöne Töne. Und wie man sieht, also wenn man mit dem Finger reingeht, dann hat man extrem viel Pigment auf den Händen. Also die werden wahrscheinlich auch von, also von meiner Einschätzung jetzt, ohne dass ich es halt ausprobiert habe, aber die werden auch auf jeden Fall mit einem Pinsel extrem gut auf dem Auge funktionieren. Super blinding. Damit werde ich auf jeden Fall demnächst einen Look schminken. Ganz ehrlich, also die Palette ist gerade wirklich die... Ich brauchte was Positives nach diesem Jeffree Star Shock. Ich sage es euch, wie es ist, Leute. Was ich auch richtig gut finde, ist das Viseart. Also da sind zwölf States drin und das ist so klein und so flach, dass wenn ich das einfach zumache, das ist so magnetisch hinten, dann könnte ich das auch easy selbst in eine kleine Handtasche stecken. Also super travel-friendly. Finde ich persönlich sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die ist, weil wie gesagt, Viseart ist ziemlich hochpreisig. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an, blende es euch hier auf jeden Fall auch noch ein. Aber es finde ich auch passend zu dem ganzen Love Yourself-Thema sehr, sehr schön. Und ich bin gespannt, wie ich die auf den Augen finde. Aber wenn ihr auf den Augen so performt wie da, dann wird das auf jeden Fall der Hammer. Okay, hier haben wir noch was von The Ordinary. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die hier auch zu The Ordinary gehören, aber von der Verpackung her, die Art schon ähnlich, ne? Da haben wir das. Grand Active Retinoid 2% in Squalane. Okay, also hier ist noch ein Retinoid mit drin. Das ist, glaube ich, ein Derivat von Retinol. Wie gesagt, schlachtet mich nicht in den Comments. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Finde ich auch spannend und vor allen Dingen, dass es 2% sind, finde ich sehr gut. Man denkt ja ganz oft, viel hilft viel. Aber die Haut muss sich auch an solche Sachen wie Retinol zum Beispiel auch erstmal gewöhnen. Also da sollte man nicht, man sollte es nicht jeden Tag benutzen. Man sollte mit einer geringen Dosierung anfangen. Ist so das, was ich ein bisschen aufschnappen konnte von den Skincare-CreatorInnen, denen ich folge. Und da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Und wie gesagt, auch hier der Hinweis, bitte, bitte, bitte unbedingt auf Sonnenschutz achten, weil die Haut wird dadurch empfindlicher auf Sonnenstrahlen und dementsprechend braucht sie den Schutz extra nochmal mehr. Da sind 30 Milliliter mit drin, also Standardgröße im Endeffekt. Hat auch so eine Pipette und ist in diesem braunen Glas. Hat auch so diese leichte, leicht grünlich-gelbe Färbung. Das werde ich jetzt mal nicht extra auf meine Hand machen. Ich weiß nicht, inwiefern das auf der Hand gegebenenfalls noch reagiert. Werde ich auch ausprobieren. Wie gesagt, bei sowas fände ich es halt mega cool, wenn man zum Beispiel solche Sachen hier in eine Box mit reinmacht. Also Vitamin-C-Serum, Vitamin-C-Augencreme und halt das Retinol. Fände ich es so schlau, wenn man in diese Mystery-Box noch zusätzlich eine Sonnencreme mit reinpacken würde. Also weil das gehört einfach zusammen, dass man Sonnencreme mit reinpackt. Als Hinweis darauf, bitte benutzt das zusammen mit diesen Produkten. Das wäre zum Beispiel was, was ich als Verbesserungsvorschlag sagen würde. Vielleicht ist hier noch eine drin, ich weiß es nicht. Aber das fände ich zum Beispiel richtig smart. Okay, und dann, ich glaube, das ist das letzte Produkt. Nee, das vorletzte Produkt. Dann habe ich hier noch einmal Browly, der Soap Booster mit einer Brow Brush. Also auch so eine für Brow Soaps gemachte Sache. Ich benutze ja super gerne Augenbrauen-Gel. Weiß also nicht, wie das hier wird. Spoolie ist super groß, finde ich persönlich ganz gut, weil die hat auch sehr, sehr feste Härchen. Dann kommt man auch durch sehr störrische Augenbrauen durch. Das ist so aufgemacht wie so ein kleines Booklet. Oh, und es hat einen kleinen Spiegel mit drin. Das finde ich auch praktisch. Das ist so eine gelige Konsistenz. Und man soll dann normalerweise, glaube ich, einfach nur so reingehen. Oder muss man das Wasser aktivieren? Moment, ich schaue mal eben. Nein, man muss das Wasser aktivieren. Beziehungsweise kann auch einfach ein Setting-Spray dafür benutzen. Also man muss den Spoolie ansprühen. Und dann quasi einmal durchgehen, dass man das Produkt aktiviert. Und dann kann man durch die Augenbrauen gehen. Und das soll dann halt fester halten. Ganz süß hinten steht drauf. Life is better when your brows are on fleek. True. Absolutely true. Auch das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe nämlich hier jetzt schon wieder eine Kiste der Schande Nummer 2 stehen. Nachdem ich die Nummer 1 ja schon abgedreht hatte. Die kommt übrigens nächste Woche, by the way. Und ja, wenn ihr da ein Setting-Spray drauf sprüht, um sozusagen das anzufeuchten, dann ist natürlich nochmal mehr Halt gegeben. Bin sehr gespannt, wie sich das dann anfühlt. Ich habe von Anastasia Beverly Hills auch noch den Brow Free Star, den ich auch immer noch nicht ausprobiert habe. Ich werde die mal gegeneinander antreten lassen und mal gucken, welches was kann. Und zu guter Letzt, da muss ich ein bisschen in dieses Paket reintauchen. Also seid vorsichtig. Manche Sachen sind ja gar nicht so groß. Also das hier ist auch nicht so groß. Und das ist von Danessa Myricks, der Colorfix Cream Eyeshadow. Das sind Cream Eyeshadows, die man allerdings nicht nur für die Augen benutzen kann, sondern sie macht, weil sie ja eine Make-up-Artistin ist, immer multifunctional Produkte. Also die kann man auch als Highlighter benutzen, die kann man auf den Lippen als Topper benutzen. Wie man halt möchte, je nachdem wie kreativ man ist. Ich finde, dass die Farbe sehr, sehr schön aussieht. Da sind so viele Glitzerpartikel drin. Ich versuche das mal hier so rauszudrücken und komme in so einer kleinen Quetschtube. Oh, es ist tatsächlich cremiger in der Konsistenz, als ich gedacht hätte. Also ich habe jetzt hier so eine kleine Wurst auf dem Finger. Die Farbe heißt Ballerina. Und ich swatch das jetzt mal einmal mit euch. Oh, ist das schön. Und ist das metallig. Okay, ich verreibe das nochmal eben. Also hat eine ganz, ganz feine Textur. Hier seht ihr auch nochmal. Also hat wenig Eigenpigment. Etwas so alt Rosé, würde ich sagen. Und es sind so Glitzerpartikel in Gold und in Silber mit drin. Also super schöner Schiff und super schöner Effekt. Guckt mal, wie blinding das ist. Was ich auch richtig cool finde, ist, ich glaube, das probieren wir jetzt mal direkt nebeneinander aus. Guckt euch das mal an. Also ich glaube, die passen ja wohl perfekt zueinander. Also da muss ich sagen, das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und auch wenn ich das Jeffree Star Item nicht gut finde, auch die Farbe Birthday Suit passt sehr, sehr gut zu den Produkten, die hier Make-up mäßig mit drin sind. Und wenn man halt so eine Palette benutzt und dann vielleicht noch so einen krassen Eyeshadow Look daraus transformiert, ist natürlich so eine Soaprow auch ziemlich gut. Ich habe jetzt noch einmal alles zusammengerechnet, was ich hier drin hatte. Allerdings war ein Item ausverkauft und zwar die 2% von dem Retinoid von The Ordinary. Und da habe ich stattdessen das 5% Retinoid genommen, weil ich es halt nicht in den Warenkorb tun konnte, um das dann zusammenzurechnen quasi. Das ist allerdings, ich glaube, 3 Euro teurer als dieses hier. Also ziehen wir mal 3 Euro gedanklich ab. Dann haben wir einen Warenkorb von 170,20 Euro, also tatsächlich über den 165 Euro von Wert, die drin sein sollten. Wenn wir die 3 Euro noch abziehen, dann haben wir 167 Euro. Also der Claim, dass zumindest der doppelte Warenwert drin ist, stimmt in diesem Fall auf jeden Fall. Wenn man jetzt noch davon abzieht, die 15%, ist also ein Gesamtwert noch drin von 142,12 Euro. Ich finde, für die Produkte, die ich hier liegen habe, das ist echt in Ordnung, muss ich sagen. Aber mein Overall-Fazit ist tatsächlich sehr durchwachsen, sagen wir es mal so. Ihr könnt euch natürlich denken, ich bin überhaupt nicht begeistert davon, dass was von Jeffree Star mit dabei ist. Ich finde, das hätte für mich auf jeden Fall nicht mit reingemusst. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Sache mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die in eine Mysterybox reinzutun, finde ich persönlich sehr schwierig. Ich werde dieses Feedback auch genauso gleich, wenn ich fertig gedreht habe, einmal am Purege zurückgeben, damit sie da vielleicht mitarbeiten können und das vielleicht auch nächstes Mal mit sozusagen beachten können, falls sie das möchten. Im Endeffekt, ich erstelle die Konzepte nicht und sie müssen selber damit zufrieden sein. Was ich, wie gesagt, auch sehr, sehr gut fand, muss ich dazu sagen, die VisiArt Palette. Wunderschöne Texturen fühlen sich krass an. Also ich freue mich sehr darauf, die auszuprobieren. Und diese 12er Eyeshadow Palette kostet tatsächlich nur 40 Euro. Was, wenn man vergleicht mit der Cutting Edge Palette, die ich ja sehr gerne mag von Dose of Colors, die 32 Euro kostet für 5 Eyeshadows, wo, glaube ich, auch weniger Produkt drin ist als in dieser hier. Und hier hat man halt noch eine größere Variety insgesamt. Finde ich den Preis völlig in Ordnung für VisiArt. Und finde ich halt auch toll, dass sie es abgestimmt haben mit dem Lidschatten. Finde ich, passt sehr gut zusammen. Auch wenn ich Jeffree Star nicht supporte, auch die Farbe mit dem Lippie passt natürlich sehr gut zusammen. Das Einzige, was ich mir nur gewünscht hätte, wäre, wenn ihr euch ein Konzept ausdenkt, in dem gleichmäßig viel Make-up und Skincare mit drin ist und die Skincare auch schon so gut aufeinander abgestimmt ist, dann tut doch bitte bei solchen Sachen auch noch eine Sonnencreme mit rein, weil es macht einfach Sinn. Dann hätte man vielleicht einfach nur das Vitamin-C-Serum und die Eye-Creme nehmen können. Dann hat man zwei Vitamin-C-Produkte, eins eben specifically for the eye area und eins für den Rest des Gesichts halt auch benutzen können. Oder man nimmt halt zum Beispiel das und das zusammen oder halt auch das und das, je nachdem. Und dann aber halt noch eine Sonnencreme mit rein. Fände ich persönlich sehr, sehr cool, wenn sich darüber halt auch Gedanken gemacht würde. Alles, das werde ich natürlich auf jeden Fall rückmelden bei Purish. Und bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Ich bin außerdem super gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr die Mystery-Box? Ich muss sagen, es fällt mir sehr schwer, diesmal eine Entscheidung zu treffen, ob ich sagen würde, es lohnt sich, die Mystery-Box zu kaufen. Vom Wert her ja, von der Qualität der Produkte her ja. Aber es gibt eben diese zwei Produkte, bei denen ich echt sagen muss, sorry Purish, geht für mich einfach nicht gut, klar. Das tut mir echt leid, aber das ist ein absolutes No-Go und das, finde ich, muss auch nicht unbedingt sein. Wie gesagt, schreibt mir eure Kommentare gerne, eure Meinung. Ich bin gespannt darauf, wie ihr das findet und auch, ob ihr selber schon eine bestellt habt. Wenn ja, welche habt ihr bestellt, die kleine oder die große? Seid ihr zufrieden? Was waren vielleicht für Produkte drin, die ich auch hatte oder Produkte, die ich eben hier nicht drin hatte? Denn wie gesagt, es ist natürlich nicht garantiert, dass alle diese Produkte auch in eurer Box sein werden, bis auf, dass ein Danessa Marix-Produkt auf jeden Fall dabei sein wird. Das ist eben garantiert und das war das kleine Gimmick dieses Mal. Ich bin mal gespannt, wie euer Feedback diesmal ist. Wir sehen uns gleich unten in den Kommentaren. Ich werde genau runterkommen und genau schauen, ob ihr da auch reingeschrieben habt, würde der Drama Detective jetzt sagen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das kleine Giveaway für den Birthday Suit mitzumachen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!